Die Elektrobefischung in der Iller Ähnlich wie bei der Elektrobefischung in der Iller werden auch in den Umgehungsgewässern den sogenannten Fischaufstiegen regelmäßig die Bestandszahlen und die vorhandenen Arten erfasst. Anders als in den herkömmlichen Fischaufstiegshilfen wurden die Umgehungsgewässer hier als naturnahe Bäche konzipiert, so dass auch Laichplätze und Lebensraum für Jungfische vorhanden sind. Seit den Anfängen, wo ich mich mit Fischpässen und Fischaufstiegshilfen in meiner beruflichen Karriere auseinandersetzt, habe ich selten so tolle Tage erlebt wie heute. Ein Hufen mit fast 1,20 Meter im Kontrollbecken, fünf Hufenpaare hier im Fischpass ableiten, die Nasenschwärme, die hier reinziehen und hier ableiten, es ist fantastisch. Vielen Dank. Vielen Dank.